Yes, 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 Freunde. Also musst du sagen, Kiel spielt heute gegen Braunschweig. Hammer-Tor, muss man sagen. Traum-Tor von Kiel. Es steht 1 zu 0. Mal gucken, was die nächsten 45 Minuten bringen. Aber das ist schon heftig geil. Also jetzt diesen Kanal abonieren, dass du natürlich auch von der 2. Liga alle News und Tübe bekommst, die du brauchst, um zu bleiben.